Mission 5, sozialer Aufstieg. Nach dem Kampf auf der sternfeste Helios regnet es haufenweise Schrott auf Cyprus Ultima. Gorguts plant sich mit seinen Jungs diesen reiche Beutel zu schnappen, weiß jedoch, dass auch andere potenzielle Nachfolger Git-Stompers dasselbe vorhaben. Auf geht's, ab geht's, in die Schlacht. Suchen Sie Schrott im Gebiet? Okay. Sammeln Sie herausgefallenen Schrott? Ja. Machen wir doch. So. Okay. Machen wir doch schon. Wir haben keine Basis. Interessant. Wir könnten aber theoretisch bauen. Oder? Nee, es ist gesperrt, weil ungültiges Ziel. Hö, toll. Es ist auch gut. Ungültiges Ziel, alles klar. Gut. Ja. Ey, hoppla. Ähm, halt, 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 halt. Ah, das ist kacke, wenn hier die Baueinheiten dazwischen sind. Ohne Baueinheiten, bitte. So, erstmal hier Punkt für Punkt einnehmen noch. Zusätzlich. Keine Gegner bisher. Bauen die schneller zu zweit? Ich weiß es gar nicht. Was ist das hier? Gebiet entdecken. Crash ist jetzt an Signalstation ein. Gein, die getan. Das Quatsen und Kreisen decken. Ach so, okay. Der There is Loot. Bauen Sie hier, äh, einer durch Schrott plündern? Okay. Gerne. Was bauen wir denn? Auf jeden Fall hier so ein Killer-Bot, oder? Die sind, glaube ich, ziemlich cool. Da gibt noch mehr. Das können wir doch nicht updaten. Sehr nice. Ah, geht gut voran hier. Ernsthaft? Die bauen es aber schnell hier auf. Kranker Scheiß. Ähm. Es ist billiger, einen so aus Schrotz zu bergen, als in einem Ducker-Hütte oder einem Mech-Schuppen zu produzieren. Ah, da kommen ja schon welche. Zurück, zurück, zurück. Dürfen nicht kaputt gehen. Schön hierbleiben. Alles gut hier unten? Ja. Ist der Schrott zu klein, oder? Ja. Da können wir natürlich keinen Schrott bauen. Schade. Also, in Form von... Äh, von den Tauern. Da fällt dann immer Schrott runter. Jawohl. Gleich verbessert. So, nächstes Ziel da oben. Ihr geht einfach mal mit. Ja, wir müssen aufpassen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die beiden tot sind. Dann hätten wir ja keine mehr. Das wäre schlecht. Ja, trust your boss, to find a fish point. Aber scheint mir noch relativ easy zu... Ah, ja gut, hier sieht man es ja schon. Hier geht es definitiv weiter. Ich finde es cool, dass am Anfang die mehr zu klein ist. Wo bleibt denn der jetzt stehen? Wo denn? Oh, ja. Die kommen schon. Äh, warum können wir keinen mehr bauen? Weil uns Energie fehlt. Ah, scheiße. Killer-Körper bergen. Ah, ja, komm. Keine Ahnung, was das da ist. Ach, wir könnten auch einen Wagturm. Ach, scheiße, hätte ich das gewusst. Jetzt haben wir keine Energie mehr für den. Scheiße. Ach, wir warten noch mit dem Rufen. So, schon mal vorwärts. Erobert Hammers ja. Wie viel Energie kriegen wir denn hier? So, das Upgraden. Oh, von hinten. Ihr Schweine. Ihr Schweine, ey. Von hinten. Tiss. Okay. Ach, das ist ein A-Helikopter. Aha. Okay. Zeig mal, was du kannst, Kerle. Los, updaten. 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 Was ist denn da, ey, hier, ey? Bis da drauf. Wir sind hier noch nicht abgegräbt. Schaut doch mal. Keiner, ne? Okay. Vorwärts. Ist trotzdem Käse, dass wir keine Händen bauen können. Oh, da ist ein großer Chunk-A-Loop gerade da. Guck mal, ich will diesen Chunk-A-Loop in einem Tod-Train. Okay. Ja, das kann dauern. Bis wir hier Energie haben. Kriegen ja kaum Energie. Dann drücke ich jetzt mal hier nicht drauf. Updaten können wir nicht, weil wenn ich... Oh, nö. Hm, was kostet denn der? Wo ist denn der? Nicht den da, sondern den da. 110. Und 75. Ja gut, dann können wir das uns leisten. Bauen wir hier einmal ein Energie-Ding hin. Dann warten wir halt eben kurz. Sehen wir irgendwo... Ja, in den Bildern können wir feststellen, dass alle abgegradet sind. Sehr, sehr schön. Hm. Dann holen wir die jetzt mal her. Na komm. Flop. So. Ihr könnt das hier nehmen. Nice. So. So. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Zap-Noggin, naja. Ich glaube, wir müssen wo beide platt machen. Oh, das sieht geil aus. So. Signalstärke des Gipzogas. Okay. Was heißt das jetzt hier bei uns? Für uns? Oh, einfach rauf hier. Macht sie platt. Hier das Zeug einsammeln. Nice. Jetzt können wir hier unten auch den Ding bauen. So. Können wir das upgraden? Können wir hier unten noch? Nee. Wir haben kaum Ressourcen, ey. Ich habe keine Ahnung, was die Signalstärke da sein soll. So. 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 Was ist denn dem ist denn ein Problem, ey? Was kann denn der eigentlich? Bei Toten und Maschinen. Äh. Ja, so geht doch. So. Wir stürmen da jetzt einfach durch. Oh Mann, was hat denn der von? Hat das ein Fernkämpfer? Achso. Okay. Kostet 200. Ah, Verbesserung der Stufe 2 Walk. Schlecht. Wir können keine Türmchen bauen. Das ist das Problem. Das ist Käse. Okay. Oh, oh. Oh, je, je, je. Den hat es gut erwischt gerade. Oh. Ja, kommt schon. Hier. Geh mal da runter. Die gehen wir auf den Hex. Mach dir mal platt da. No change. So. Jetzt haust du mal rein hier. Flomm. Und Patsch. Bäh. Sehr nice. Ja, der ist. Ja, der kann man mal rein. Oder sieht es nicht so aus? Ist platt? Gut. ist klar das ist die basis das schließt euch mir an das sieht ja witzig aus drauf was können auch nicht die hier ah ne kamikaze poppen wollen wir uns hier nicht machen toll die können alle kamikaze nur ich will auch die einheiten verlieren ich glaube er ist schon tot oder sich gerade weggebeamt wo ist der schrott müsst euch heilen im schrott ah guck das ist das problem genau das habe ich befürchtet dass wir halt den schrott nicht nutzen können um uns zu heilen wenn wir schon schrott haben ah wusste doch der hat sich nur weg teleportiert ok wirbelkralle und reinspringen oder reinschlagen wir können halt nur die verstärkung rufen das ist echt mies das sind da oben ist er das nee oh doch das ist er das war er ich glaube wir finden gerade alle einheiten der lebt auch nicht mehr lange hier ah scheiße ich hätte ausweichen sollen ok ja da kommt halt noch mehr schafft er das da oben ich glaube nicht ja echt jetzt was du hast die scheiß faust hingehauen du Lackaffe ein Ork zieht sich nicht zurück groß krallen rein jawohl Verstärkung kommt sehr schön drauf Leute so wir können hier zwar alles ausbauen aber wir können nichts bauen echt oh gott sei dank oh gott sei dank ich denke mal das war jetzt Phase 1 wir haben den ersten erobert jetzt müssen wir uns mal gucken welche Gebäude stehen denn uns schon zur Verfügung verteidigen sie ihre Basis ja bauen sie eine Dackerhütte ja ok und zwar da oben jetzt müssen wir uns mal hier äh äh verstärken ey Gründerass mit Killabuzz bieten schwere Feuerunterstützung ok jetzt erhöhen wir erstmal das Walk dass wir hier mal unsere Dinger ausbauen können so kannst du den reparieren wie dat oh ja das geht sehr schön ok schlecht ja ok was ich baue nicht genug Ressourcen ja schön äh ich hätte gern ein paar decken sie diesen Eingang wollt ihr mich verarschen achso ich hab hier Truppen ok äh 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 los raun da du mal da hin ihr reprägt mal den großen du heilst dich ne ok du heilst dich äh was haben wir hier Pickup so immer da runter ok verteidigen sie die Basis ja ja das ist mir klar ne Boys Barack hier was haben wir denn noch so hier Mac Schuppen können wir nicht bauen weil wir keine Ressourcen haben schlecht aber wir können ein Wummenlager mal errichten ok keine Zeit mehr zu reparieren ihr müsst da hin das Kriegslager muss überleben alles klar so los pusht euch mal kurz hier holen wir mal den herr kommt genau richtig guck mal was kann denn der alles äh verbraucht eine Anladung des Schrottschilds und lässt eine gewaltige Faust in die Zielposition erscheint vorstet Schaden nimmt Immobilie ok teleportiert zur Zielposition und schiebt Schrottscherben in die Zielrichtung ok ok das klingt gut ok oh jetzt greifen die da unten auch noch an das ist mies ok habt ihr es gesehen die sind einfach gestanden und haben sich abschießen lassen was ist denn das für eine KI was ist denn das für eine KI bitte kann man das irgendwie umstellen dass die von alleine was machen umschalten und umschalten und Feuer einstellen echt jetzt sind die da hinten durchgekommen da rein das erobern da ist nichts passiert ok ihr erobert mal das ja eben kurz äh siegt die erste Welle ok ähm ja breiten sie sich auf die zweite Welle vor machen wir hier geht jetzt mal da rein wenn euch theoretisch ich weiß gar nicht ob da mehrere Leute reinpassen ihr seid schon auf Position ihr seid auf Position ja relativ wurscht das ist ein Dice ok ich denke die haben hier keine Chance die machen ganz schön wenig Schaden sehe ich gerade puh ich komme hier gerade gar nicht so gut hinterher ähm aber so ein Killer-Bot ist glaube ich nie verkehrt so forschungstechnisch erforscht die Armee Verbesserungssteiger die Dauer der Vorteils durch Walk um 50 Sekunden Infanterie Gesundheit erstmal los drauf 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 8 im kopf ich meine doch dich drauf stellen ich glaube wir brauchen hier mal dort ihre stützung der schlägt tot klasse die labor drunter die teilen und taschen hier geht hier was geht hier was ne da geht nix weiter 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 rückzug neue einheiten so jetzt tut euch mal hier ein bisschen eben aufpushen ja ja bau mal ein so da kommen sie wieder und zwar nicht wenig die haben wir gar nichts grad scheiße du mal dahin drauf ihr seid das ist sehr schön die haben sich geheilt also immer darauf wir teilen uns ein bisschen auf kommt vorwärts könnt ihr jetzt zerfetzt scheiße ja herankommen genau und rein damit jetzt kommen wir rein ja also geht doch ich glaube wir brauchen einfach mal ein paar nachkämpfer hier kann seine echt heftige mission dafür dass es einfach ist finde ich das echt knackig das ist das hier keine ahnung ach so umso höher das signal ist umso näher sind wir dran das muss aus meiner blicken so ihr halt euch mal schön stärkt euch mal bitte überall so gut es geht echt jetzt okay dann haben wir komplett verloren deswegen hat er vorhin auch immer gesagt es wird warm jetzt bin ich das ganze mal hier können wir einen wir haben einen leider verloren deswegen brauchen wir neuen so gibt es noch irgendwen der sich aufladen kann wenn ja tut es du da wir haben updaten so oh ja können wir noch einbauen schade da drauf zeigen wir mal wie es abgeht hier sind die eigentlich im nahe kampf und fernkampf besser 400 sbs gut okay wir lassen die definitiv die tiefen nahe kampf meine ich sehr schön wir updaten hier ist alles noch gut die meckern zwar ein bisschen aber ist egal so wer oben bei den punkte hinten wir haben aber hier ist die basis alles klar da ging es irgendwo wieder musik an ich finde es mal sehr witzig da ist die disco schön zurück ok so dann stören wir mal diese scheiße hier vorwärts haut das kack rock den mund das kaffee jawohl bis jetzt die watzmaka ist er schon auf dem schlachtfeld ist ihn dort gar nicht ich glaube nicht jetzt vorwärts oh ja wir bauen mal was ganz fattes dahin ich glaube es wird gleich sehr sehr witzig so wenn wir hier genug ruhe kriegen oh wir haben sogar hier einen squad verloren sich gerade der läuft dann nur hin und her ja ich fand noch mit dem updaten nicht dass sie aussehen zu viele ressourcen hier verschwenden für das hier ich bin gespannt was wir hier gleich was wir hier gleich kriegen mal upgraden oh yes den nehmen wir einfach mal auf die zwei hier upgraden wir ab wo ist unsere baueinheit äh da kann man mich da draufsetzen vorwärts so ich hoffe den klima platt wenn er hier überhaupt ist wamm da kommt er da kommt er die sau das ist gefährlich aus nö nö in weit weg modus wechseln das klingt gut wir lagern ihn einfach oh ja wir belagern ihn einfach oh ja das hat schaden gemacht zwar nicht sehr viel aber es macht schaden hehehe sehr gut du bist hier fertig gut wir brauchen eine aparatur hier es macht einen platt Du Feigling. Naja, das war klar. Oh, was war das? Ha ha ha. Der hat sich gerade selbst umgebracht, der Idiot. So, tschüss, mein Kollege. Wo ist er hin? Ah, wollte schon sagen. Jawohl, somit haben wir die Orks alle besiegt und haben ein großes Banner unter uns quasi erschaffen. Wahrscheinlich können wir jetzt sogar bei den Helden zwischen den beiden letzten Bossen, die wir hier gerade besiegt haben, wechseln. Ist jetzt eine Vermutung. Ich klicke mal eben auf Fortsetzen, damit wir das noch eben mitkriegen. Gab es halt heute mal wieder eine bisschen längere Folge. Das macht ja nichts. Was für eine Hackfresse. Oh, bitte warten. Es ist nicht fair. Ich war immer der Boss. Nur ich war genug. Oh, es ist kein Schönheitskontest. Suche Jobs. Du zwei arbeiten für mich jetzt. Ja, ja. Du bist der Boss jetzt. Ja, aber du kannst uns immer erzählen, warum du all diese Probleme hast? Genau. Der große Preis. Du denkst, ein cleverer Wolf, wie ich, mit einem Dumpst-Lock-Git-Stomper, nur für Laufs? Nun, bevor ich hierher kam, habe ich eine Menge Sekreter in diesem Dumpst-Lock-Git-Stomper-Lock-Git-Stomper. Eines der Sekreter ist das Ding, das die Jumis und die Älteren kämpfen auf dieser Welt. Was sind Sie da? Spinn es aus! Ja, Planet Acheron. Ja, okay. Also auch er hat das gleiche Ziel, Planet Acheron. Okay. Dann schauen wir uns doch eben die Belohnung an und mal gucken, wie weit die hier kommen. Ja, ich glaube, da kommen so einige... Ach, eher. Aber doch weniger, wie gehofft. Naja, gut, okay. Immerhin drei Freischaltungen, ein paar Schädel und Gorgutsbefehl. Weitere Truppen, ne? Aus einem Pick-up geworfenen Einheiten erhalten vorübergehend ein Schild und verspotten in einem Kreis. Habe ich jetzt nie verwendet. Und ich bin auch ganz ehrlich, ähm, ich mag die Orks so an sich von ihrer Art gar nicht. Und ich freue mich schon, wenn ich diese Einheit hier sehe, wenn ich diese Flagge hier sehe und sehe, dass es mit den Eldern Gott sei Dank weitergeht. Aber an dieser Stelle war es das erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für diese kleine Aufnahmesession haben wir wieder, ähm, schön ein paar Missionen durchgekriegt. Und ich bin gespannt, wie es euch bisher gefallen hat. Einfach rein damit in die Kommentare, was ihr so von diesem, äh, netten Spielchen haltet. Vor allem, was ihr über die Story denkt. Ansonsten, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Und wenn ihr neu sein solltet und nichts mehr verwassen wollt, lasst ein Abo da. Ich würde mich drüber freuen. Und wie es hier weitergeht in Mission 6, ein gefährliches Angebot. Das sehen wir dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.